So oder so ähnlich sehen ab 2026 die Autos in der Formel 1 aus. Es sind die ersten Bilder, die der Automobilweltverband FIA zum neuen technischen Reglement für 2026 veröffentlicht hat. Und wir schauen uns in diesem Video an, was alles neu ist. Und damit zur ersten wichtigen Frage. Worin genau unterscheiden sich die Formel 1 Autos für 2026 von den aktuellen Fahrzeugen? Dazu sagt Nikolas Tom Batzis als Fiat Direktor für Formelsport. Die Autos werden sich optisch ziemlich von den aktuellen Autos unterscheiden. Sie werden etwas kleiner ausfallen. Wir haben versucht ein etwas agileres Auto zu entwickeln. Insgesamt kleiner und ein bisschen leichter. Das lässt sich äußerlich gut erkennen, zum Beispiel am Frontflügel, am Heckflügel oder an den Reifen. Und hier sind die Zahlen dazu. Der Radstand verkleinert sich von 3,6 auf 3,4 Meter. Das Auto verschmälert sich von 2 auf 1,9 Meter. Das Mindestgewicht sinkt von 798 auf 768 Kilogramm. Die Autos werden also um 30 Kilogramm leichter und erstmals seit Jahren nicht mehr schwerer. Dazu sagt Jan Mongeau, der technische Direktor der FIA für Formelsport. Wir wollten den Trend hin zu immer schwereren Autos aus den vergangenen 20 Jahren umkehren. Das gelingt durch insgesamt kleinere Autos. Denn in einem kleineren Auto steckt weniger Material und damit weniger Gewicht. Außerdem haben wir das Aerodynamikkonzept vereinfacht. Teile, die bisher ziemlich komplex und ziemlich schwer waren, sind künftig einfacher und leichter gehalten. Auch daraus ergibt sich eine Gewichtsersparnis. Das alles bringt uns zur Frage, was konkret neu ist an den Formel 1 Autos für 2026. Und natürlich geben die Bilder Aufschluss über die entsprechenden Änderungen. Denn anhand der nun veröffentlichten Bilder fallen einige Dinge auf. Zum Beispiel, dass der Frontflügel nicht mehr so breit ist wie bisher, aber neue seitliche Endplatten erhält. Die Frontpartie wirkt insgesamt wuchtiger und breiter, aber Vorder- und Hinterreifen werden leicht schmaler um wenige Zentimeter. Die Luftleitbleche auf Höhe der Vorderräder fehlen im Reglement 2026 komplett. Allerdings gibt es jetzt größere Schaufeln vor den Seitenkästen. Die sollen dafür sorgen, dass die Luft gezielter rund um das Auto hin zum Heck geleitet werden kann. Der Heckflügel wiederum kommt mit konventionellen Endplatten daher. Die Rundungen aus dem Reglement 2022 am Übergang von Heckflügelprofil zur Endplatte fehlen in diesem Entwurf. Und was man nicht sieht? Vermeintlich störende Aero-Teile werden vereinfacht. So zum Beispiel am Unterboden und am Diffusor, die insgesamt weniger Leistung und damit Abtrieb generieren sollen. Oder Teile werden auch gezielt vereinheitlicht, zum Beispiel bestimmte Elemente der Aufhängung. Auch das soll dazu beitragen, dass die Luftverwirbelungen eines Fahrzeugs für ein hinterherfahrendes Auto weniger stark ausfallen. Der Luftwiderstand eines Formel-1-Autos 2026 sinkt im Vergleich zum aktuellen Formel-1-Auto um etwa 55%, der Abtrieb geht um etwa 30% zurück. Das sind die Berechnungen der FIA. Aber zumindest ein Teil dieses Defizits wird aufgefangen durch das neue Motorenreglement. Denn es bleibt zwar bei Turbo-Hybrid-Antrieben, aber die elektrische Leistung dieser neuen Antriebe wird auf fast 50% aufgewertet, wodurch die Antriebe insgesamt etwas stärker sind als die aktuellen Formel-1-Antriebe. Die Antriebe werden auch vereinfacht, denn die sogenannte MGU-H fällt weg. Dadurch wird der Motor insgesamt simpler gehalten. Die Kosten gehen ebenfalls leicht zurück. Beim Bremsen kann in der Saison 2026 doppelt so viel Energie zurückgewonnen werden wie aktuell, nämlich insgesamt 8,5 MJ pro Runde. Und ganz wichtig, das Drag-Reduction-System DRS fällt weg. Stattdessen gibt es in der Saison 2026 einen sogenannten Override-Modus, also mehr Leistung auf Knopfdruck für ein hinterherfahrendes Auto. Quasi ein Push-to-Pass-System. Das ersetzt den bisherigen DRS-Effekt. Außerdem gibt es eine aktive Aerodynamik für alle Fahrer in jeder Runde. Front- und Heckflügel können während der Fahrt an bestimmten Punkten auf der Strecke verstellt werden. Der sogenannte X-Modus mit flachen Flügeln für die Geraden, der sogenannte Z-Modus mit steilen Flügeln für die Kurven. Da stellt sich für uns natürlich die Frage, warum diese Regeländerungen überhaupt notwendig geworden sind. Auch dazu haben wir Stimmen vom Weltverband. Wir hören noch einmal Nikolas Tom Batzis, den FIA-Direktor für Formelsport. Er sagt, Daraus ergibt sich wiederum die Anschlussfrage, wie die FIA ein teures Wettrüsten unter dem neuen Reglement verhindern will. Auch dazu haben wir eine Antwort. Erneut hören wir Nikolas Tom Batzis, den FIA-Direktor für Formelsport. Er sagt, Es ist unser zweites Reglement, bei dem die Teams mit einer Budget-Obergrenze operieren. Das ist eine Chance für kleinere Teams, um aufzuholen. Die größeren Teams können nicht einfach irrational viel Geld in alle Richtungen ausgeben. Denn alle Teams müssen Prioritäten setzen und entscheiden, wie sie ihre Ressourcen einsetzen. Aber wann beginnt eigentlich die Entwicklung für die Saison 2026? Auch das ist natürlich klar festgelegt. Hierzu sagt wiederum Nikolas Tom Batzis als FIA-Direktor für Formelsport, Es gibt bestimmte Einschränkungen. Die Teams können zum Beispiel nicht vor dem 1. Januar 2025 mit der aerodynamischen Entwicklung beginnen. Das soll einem Frühstart von gewissen Teams und einem vielleicht unfairen Vorteil vorbeugen. Aber auf mechanischer Seite, beim Chassis, den Strukturen und dergleichen, können die Teams anfangen, sobald die neuen Regeln bestätigt sind. Wie bitte? Sind die neuen Formel-1-Regeln für 2026 noch gar nicht final bestätigt? Nein, das sind sie tatsächlich nicht. Denn die FIA hat zwar die neuen Formel-1-Regeln für 2026 offiziell vorgestellt, offiziell verabschiedet werden müssen die Regeln aber vom FIA-Weltrat und der tagt erst Ende Juni 2024. Die Verabschiedung des neuen Formel-1-Reglements allerdings gilt als Formsache. Und damit zur Frage, wie die Verantwortlichen des Weltverbands und der Formel-1 dieses neue technische Reglement einschätzen. Mohammed Bin Sulaim als Präsident des Automobil-Weltverbands FIA sagt, Mit diesen neuen Regeln stellen wir sicher, dass unsere wichtigste Meisterschaft noch relevanter ist für das, was in der Welt passiert. Unser Ziel war, ein passendes Auto für die Königsklasse im Motorsport zu entwerfen. Wir glauben, wir haben dieses Ziel erreicht. Und Formel-1-Geschäftsführer Stefano Dominicali sagt, Die Formel-1 steht besser da denn je. Und mit den neuen Regeln wollen wir unseren Fans noch engeres und packenderes Racing bieten. Das Potenzial dieser Regeln ist der Hauptgrund, weshalb wir 2026 eine Rekordanzahl an Antriebsherstellern in der Formel-1 haben. Und diese Regeln werden die Formel-1 rund um die Welt weiter festigen. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr vom neuen Formel-1-Reglement für 2026 haltet. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns gern ein Like und ein Abo für unseren Kanal. Vielen Dank! Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, warum Motorsport-Legende Walter Röhrl schon lange abgeschlossen hat mit der Formel-1, dann empfehlen wir euch jetzt noch dieses Video. Gute Unterhaltung!